Es war der Moment, auf den die Fans von Florian Silbereisen und Beatrice Igli lange gewartet hatten, die beiden Schlagerstars haben heimlich geheiratet. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und sorgte in der Musikwelt für eine Welle der Begeisterung. Doch wie so oft bei prominenten Liebesgeschichten steckt hinter dem scheinbaren Glück eine tiefere Geschichte, die nur wenige kennen. Eine Geschichte voller Sorgen, Ängste und dramatischer Wendungen, die das junge Ehepaar auf eine harte Probe stellt. Florian Silbereisen und Beatrice Igli hatten sich immer zurückhaltend gezeigt, wenn es um ihr Privatleben ging. Trotz der unzähligen Gerüchte über eine mögliche Beziehung, die sich über die Jahre hinweg immer wieder in den Schlagzeilen der Boulevardpresse wiederfanden, hielten sich beide mit öffentlichen Startments zurück. Ihre Auftritte gemeinsam auf der Bühne waren stets professionell und voller Energie, doch hinter den Kulissen entwickelte sich eine Liebesgeschichte, die sie vor der Welt geheim halten wollten. Die Nachricht von ihrer Heirat kam daher überraschend. Es gab keine große Ankündigung, kein Medienrummel, einfach nur eine schlichte, aber sehr persönliche Zeremonie, bei der nur die engsten Freunde und Familienmitglieder anwesend waren. Doch während die Welt dem frisch vermählten Paar gratulierte, verbargen sich hinter den strahlenden Gesichtern Sorgen, die ihre Liebe auf eine harte Probe stellten. Florian und Beatrice hatten sich entschieden, ihre Hochzeit vernapp des Rampenlichts zu feiern. Sie wählten einen malerischen Ort in den Bergen, umgeben von Natur und vernapp des öffentlichen Interesses. Es war uns wichtig, diesen Moment nur für uns zu haben, erklärte Florian in einem Interview, das nach der Hochzeit geführt wurde. Wir wollten, dass unsere Liebe im Mittelpunkt steht und nicht der ganze Trubel, der normalerweise mit solchen Ereignissen einhergeht. Doch bereits kurz nach der Hochzeit begannen die ersten Probleme. Florian und Beatrice waren beide erfolgreiche Künstler mit vollen Terminkalendern. Ihre Karrieren verlangten viel von ihnen ab, und die ständige Trennung durch Tourneen und Auftritte belastete die junge Ehe von Anfang an. Es ist nicht einfach, ein Leben zu führen, in dem man ständig unterwegs ist, gab Beatrice zu. Wir haben uns oft nur für kurze Zeit gesehen und mussten dann wieder Abschied nehmen. Diese ständige Distanz führte zu Spannungen in der Beziehung. Wir hatten beide unsere Zweifel, gestand Florian. Es gab Momente, in denen wir uns fragten, ob wir wirklich bereit für eine Ehe sind, wenn wir so wenig Zeit füreinander haben. Die Fans, die von der Heirat begeistert waren, ahnten nichts von den inneren Kämpfen, die das Paar durchmachte. Doch trotz aller Herausforderungen entschied sich das Paar, an ihrer Liebe festzuhalten. Sie begannen, bewusster Zeit füreinander einzuplanen und ihre Karrieren besser zu koordinieren. Es war ein Lernprozess, erklärte Beatrice. Wir mussten uns beide an die neue Situation anpassen und Wege finden, wie wir unsere Beziehung trotz der Distanz aufrecht erhalten können. Ein besonders schwieriger Moment in ihrer Ehe kam, als Beatrice während einer Tournee schwer erkrankte. Florian war zu dieser Zeit ebenfalls auf Tournee und konnte nicht sofort zu ihr eilen. Es war schrecklich, so weit weg zu sein, um nichts tun zu können, erinnerte sich Florian mit sichtbarer Emotion. Ich fühlte mich hilflos und machte mir große Sorgen und sie, Beatrice, die wegen einer schweren Grippe ins Krankenhaus eingeliefert worden war, kämpfte sich durch diese schwierige Zeit mit der Unterstützung ihrer Familie und Freunde. Doch die Erfahrung zeigte beiden, wie zerbrechlich das Leben sein kann und wie wichtig es ist, füreinander da zu sein. Es hat uns gezeigt, dass wir Prioritäten setzen müssen, sagte Florian. Wir dürfen unsere Beziehung nicht als selbstverständlich ansehen. Diese Krise führte dazu, dass das Paar beschloss, in Zukunft mehr Zeit miteinander zu verbringen und ihre Karrieren gegebenenfalls zurückzustellen. Wir haben verstanden, dass Liebe mehr ist als nur gemeinsame Auftritte und schöne Momente, erklärte Beatrice. Es geht darum, auch in schweren Zeiten füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen. Doch die größte Überraschung kam am Ende des Interviews, als Florian und Beatrice eine unerwartete Ankündigung machten. Wir haben viel über unsere Zukunft nachgedacht, begann Florian, während er Beatrice' Hand hielt. Und wir haben entschieden, dass es Zeit für einen neuen Schritt in unserem Leben ist. Beatrice, die sichtlich gerührt war, fügte hinzu, wir werden uns für eine Weile aus dem Rampenlicht zurückziehen. Es ist uns wichtig, diese Zeit für uns zu nutzen und unsere Ehe zu stärken. Diese Ankündigung sorgte für gemischte Reaktionen unter den Fans. Während viele die Entscheidung des Paares unterstützten, um ihnen die wohlverdiente Ruhe gönnten, gab es auch Stimmen, die enttäuscht waren, dass sie ihre Lieblingsstars für eine Weile nicht mehr sehen würden. Doch Florian und Beatrice waren sich sicher, dass dies der richtige Weg für sie ist. Es war keine leichte Entscheidung, gab Florian zu, aber wir wissen, dass wir es tun müssen, und unsere Liebe zu schützen und zu pflegen. Beatrice stimmte zu, es ist eine Zeit, die wir nur für uns brauchen. Aber wir kommen zurück stärker und vereinter als je zuvor. Die Nachricht von ihrer geplanten Auszeit verbreitete sich schnell, und viele Fans schickten dem Paar ihre besten Wünsche. Wir wissen, dass unsere Fans immer für uns da sind, sagte Florian abschließend. Und wir hoffen, dass sie verstehen, warum wir diesen Schritt gehen müssen. Das Drama, das hinter dieser Entscheidung steht, zeigt, dass auch die größten Liebesgeschichten nicht immer ohne Hindernisse verlaufen. Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben bewiesen, dass wahre Liebe bedeutet, sich den Herausforderungen zu stellen und gemeinsam Lösungen zu finden, auch wenn der Weg nicht immer einfach ist. Für die Fans bleibt die Hoffnung, dass das Paar nach dieser Auszeit gestärkt zurückkehrt und ihre Liebe weiterlebt nicht nur auf der Bühne, sondern auch im wirklichen Leben. Bis dahin bleibt ihnen die Gewissheit, dass Florian und Beatrice ihre Beziehung auf eine Weise pflegen, die ihnen und ihrer Zukunft als Ehepaar zugute kommt.